Leben und Aufwachsen ohne Gewalt, das ist ein Schwerpunktthema der rheinland-pfälzischen Landesregierung und dieses Thema hat mich die ganze Woche begleitet. In der Plenardebatte durfte ich zum Antrag Kinderschutz sprechen. Wir sind in Rheinland-Pfalz sehr gut aufgestellt bei der kindgerechten Begleitung und behutsamen Versorgung von Betroffenen sexualisierter Gewalt. Bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention geht es nicht nur um Kinder, sondern auch um Gewalt gegen Frauen und heute ist der Aktionstag Nein zu Gewalt gegen Frauen. Deshalb macht dieses Thema heute sichtbar, bringt es in die Öffentlichkeit, teilt die Nummer des Hilfetelefons und teilt die Kampagnen des Bundesministeriums für Frauen. Kampagnen 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 Kampagnen